Wollt ihr ein Geschenk kaufen, aber nicht viel ausgeben, dann müsst ihr im Gift-Village sein. Hier in dem Laden kostet jeder Artikel zwischen 1 Dirham und 10 Dirham. Es gibt nichts, was teurer ist als 10 Dirham. Das heißt umgerechnet in Euro zwischen 20 Cent und 2,50 Euro. Die verkaufen wirklich alles. Alles, was man bedenken kann. Will man jetzt eine Handtasche, will man Klamotten, will man Schuhe, will man essen und trinken, Schokolade, Hähnchen. Ich werde jetzt ein bisschen was filmen. Ich kann nicht alles filmen, weil es so groß ist, aber dann habt ihr einen Eindruck. Jetzt schauen wir mal, was es hier gibt. Wenn euch mein Video gefällt, vergesst bitte nicht, es zu liken und meinen Kanal zu abonnieren. Jetzt er kommt mit. They're about to find out. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020